0 You never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff, you really think you're different and you must be kidding, think you're gonna hit it but you just don't get it, it's impossible, stop problem, irresponsible, too many obstacles, you gotta stop it yo, you gotta take it slow, you can't be your pro, don't waste your time no more Alright Leute, wir sind wieder bei Ratio in Gymstar, bereit für das nächste Pro Workout. Wir machen uns wieder an unseren Bauch und geben wieder schön 5 Minuten Gas für euch. Wir machen wieder alles krass zur Musik, das heißt ihr könnt euch wieder schön aufdrehen. Wir legen uns alle schon mal schön auf den Boden, dieses Mal blecklich, um alle noch rüber zu rütteln. Macht uns bereit und wir werden schon mal ein bisschen Spannung auf den Bauch. Das Heap beginnt. Und wo wir in den Crunch kommen, das wir wieder locker auswärmen in den ganzen Bereich. Macht uns für euch schon mal bereit, dass wir heute auch in den Unterarmstütz gehen. Heute wird man schön aufgemacht. Die Arme hoch zu den Kehren. Im Mauchteil. Dritte rein, nicht in zwei, drei, vier, drei, zwei, vier, drei, zwei, wir gehen einfach nur so und sind ab. Und ein oben. Halten die Spannung. Wie stellt ihr euch noch ein bisschen? Wir sind in den Rückseiten schon mal aufwärts. Achtet ihr euch für euch, für euch, für euch. Das für euch. Wir sind in den Rückseiten. Weitereberty. Das ist gut. Wie schön das bei mir machen. All we're coming is all back 5, 2, 3, 4 Come on Come on, let's go We're coming, let's go We're coming, let's go Come on Come on Do it later kann We're kicking No break for our core backen Way Let's go Make your shoulder warm Schön am Boden. Ihr geht zur Fernse, rechts und links. Kommt ihr durch dein Leben? 4, 2, 3, 4 und hoch! Sollt ihr halt? 1, 2, 3... Gleich wieder. Wir machen das noch. Vier, acht, zwei, ready, set, go! Kato! Wiener, endlich mal auf die Hälfte. Wir haben die Hälfte auf die Hälfte. Kato, Rösa. Vier, drei, drei, stoppen, halten. Halten. Schnell nicht vorbei. Wir haben das ein Lösen. So langsam anrufen. Und wir hoffen, ihr habt euch wieder Spaß mit unserem Core Workout. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder, wenn es wieder ist, auf GemserTV. Ciao!